Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Ich möchte euch zu einem neuen Livestream-Projekt einladen, nämlich The Banner Saga. Ihr seht es schon, es beginnt morgen am Freitagabend, am Herrenabend. Und ich habe vor, mit euch über eine längere Zeit das Spiel regelmäßig zu spielen. Immer im Wechsel zu Wimworld. Und wir werden nicht nur The Banner Saga 1 spielen, sondern ich möchte alle drei Teile spielen. Gemeinsam mit euch. Ich freue mich schon sehr darauf. Den ersten Teil habe ich schon vor einiger Zeit, vor einigen Jahren gespielt. Den kenne ich schon, allerdings habe ich wie gewohnt einiges vergessen. Teil 2 und 3 sind für mich noch völlig neu. Also ich weiß auch nicht, wie diese große Geschichte der Banner Saga auch überhaupt zu Ende geht. Es ist ein Spiel voller dramatischer Entwicklungen, Entscheidungen, voller Charaktere, die einem ans Herz wachsen. Es ist eine Mischung aus Rollenspiel, Strategiespiel, Vogue-like, Ressourcen-Management. Wir leben so in einer nordischen Welt, spielt das, die einige fantastische Elemente hat und die bedroht ist. Und wir müssen verschiedene Gruppen irgendwie retten, zusammenführen und irgendwie in dieser Welt zurechtkommen. Also seid dabei, ab morgen Freitag 20.30 Uhr geht es los, Vorgeplänkel, dann 21 Uhr direkt mit dem Spiel. Ich freue mich drauf. Bis dahin macht es gut. Euer Steinwallen.